Uerdingen Die direkte Antwort der Gastgeber in weiß und blau Das ist Gindovean Gindovean Schöne Einzelaktion Und Julius, einer der 7,9 beim KFC Kann sich direkt mal auszeichnen Duisburg rotiert auf vier Positionen Einmal verletzungsbedingt Weil Mikkels nicht mit dabei ist Ansonsten will Lieberknecht auch, dass seine Mannschaft sich die Kräfte einteilt Und insgesamt ist es eine recht kontrollierte erste Halbzeit von beiden Seiten Der MSV will Kräfte sparen und trotzdem möglichst Akzente setzen Gindovean Nächste Gelegenheit, Julius aufgepasst Schön eingeleitet Weil Gindovean sich was zutraut Spielerisch richtig fein Und wenn Tomic, einer der 4,9 noch richtig spitzelt Dann steht es hier 1,0 für den MSV Duisburg Ist aber nicht so Deswegen schauen wir, was die Mannschaft in Geld macht Der KFC Uerdingen Nächste Gelegenheit Gnase und Weinkauf Kann den Ball nur nach vorne abprallen lassen Insgesamt eine Partie Auf nicht unbedingt wirklich hohem spielerischen Niveau Thorsten Lieberknecht in der Halbzeit Natürlich am überlegen, wie schaffen wir das kräftemäßig Die Partie über die Runden zu bringen Und trotzdem hier erfolgreich zu sein Rein in die zweite Halbzeit Erste Gelegenheit für den KFC Uerdingen Und wie der Ball drin ist Völliger Gerrall Er ist drin Gustav Magnussen Die Führung für den KFC Uerdingen In der 47. Minute Jetzt achten wir mal drauf Wie geht denn der Ball ins Tor Es gab keine Proteste Sah auf jeden Fall komisch aus Sauer ist letztendlich der MSV Spieler Der den Ball so scharf macht Und dann ist es die Brust Der Bauch Da haben wir auch ein bisschen dran Aber aus der kurzen Distanz Kann man mit Sicherheit Magnussen Keine Absicht unterstellen Führung für den KFC Uerdingen Die in dieser zweiten Halbzeit Spielerisch einfach leichter drauf ist Da geht viel viel einfacher Die Bewegung Richtung gegnerisches Tor Dave Gnase war das Uerdingen kombiniert Immer sicherer Müssen sich auch erstmal finden Mit den vielen Änderungen Aber in der zweiten Halbzeit Funktioniert das richtig gut Wir sind in der 70. Minute Und wir sehen es Uerdingen hat hier ganz viel Platz Weil Duisburg allmählich die Luft ausgeht Und wie man dann kombinieren kann Das zeigen sie hier Das ist Gnase Mit dem Auge für Mohammed Kiprit 2 zu 0 70. Minute Das vierte Saisontor Des Notzugangs Von Hertha BSC Amateure Die Berliner Haben eine Rückkaufoption Gucken wann sie die ziehen Wer mit vier Saisontoren Sicher bemerkbar macht Der ist mit Sicherheit Auch auf dem Schirm Von anderen Teams Uerdingen gewinnt 2 zu 0 Am Geburtstag des großen Investors Mikhail Ponomarev Erstmal freut es mich sehr für die Mannschaft So haben die Jungs Ja noch nie zusammen gespielt Ganz viele ganz junge Auf dem Platz Viele Viele sogenannte Führungsspieler Die uns abgehen Nicht dabei Aber wir haben es halt Heute ein bisschen kompakter Gemacht Wie sonst Nicht ganz so früh Angelaufen Wollten erstmal gut stehen Und dann in dieser Kampfzone Wirklich das ganze Herz Auf dem Platz kriegen Und das haben sie echt gut gemacht Deswegen freut es mich Total für die Jungs Erstmal Vielleicht muss man gucken Dass man die letzte Saison Einfach mal aus den Köpfen kriegt Und mal sehen Dass wir eine neue Mannschaft sind Die sich auch erstmal Noch finden muss Auch unter den Bedingungen Die im Moment herrschen Und Ja Wir im Moment Einfach daran arbeiten müssen Zwingender nach vorne zu kommen Und ansonsten Sieht es eigentlich ganz okay aus Das wird ein heißer Ritt Für den MSV 6 Spiele In 21 Tagen Im November Vielleicht sogar 7 Wenn der Landespokal Noch dazu kommt Sehr sehr intensive Wochen Und sehr viel Arbeit Für die Zebras Alle Spiele Der dritten Liga live Nur bei Magenta Sport